So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist HuxCharlie und ich habe vor ein paar Tagen ein YouTube-Video gesehen vom lieben RepeatX. Und der hat darüber geredet, dass er damals gemobbt wurde in der Schule, weil er rote Haare hat. Und er hat sogar deswegen Angst hatte, sich auf YouTube hier zu zeigen, weil er nun mal rote Haare hat. Und er hatte Angst, da irgendwie Hate abzubekommen oder irgendwie sowas. Und ich weiß, dass viele von euch daran interessiert sind zu hören, ob ich selber gemobbt werde, weil er oder gemobbt wurde in der Schule oder im Kindergarten, was weiß ich. Ja, generell. Und eigentlich wird das immer gefragt bei FAQs oder auch bei A Charlie oder was weiß ich. Ja, und deswegen dachte ich, beantworte ich diese Frage jetzt einfach mal. Er hat das nämlich auch in so einer Art Vlog quasi beantwortet. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich das auch mal. Und falls es euch gefällt, könnt ihr mir das ja mal wissen lassen, ja. Und die Antwort auf die Frage, ob es irgendwelche Leute gab, die sich zusammengeschlossen haben, nur um mich zu mobben, weil ich eine andere Haarfarbe habe oder irgendwie sowas, ist eigentlich schlicht und einfach. Nein, sowas gab es eigentlich nie. Es gab nie irgendwie eine Gruppe, die gesagt hat, ja, der ist jetzt richtig scheiße und den mobben wir jetzt und den ärgern wir die ganze Zeit, hänseln ihn, was weiß ich, damit der sich schlecht fühlt, weil der sollte sich mal schämen, dass er eine andere Haarfarbe hat als wir. Ja, sowas gab es eigentlich nie, ja. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass die Leute immer tolerant waren oder irgendwie sowas, sondern einfach, dass ich auch wirklich immer der Größte war, so ungefähr in meiner Klasse, in meiner Kindergartengruppe, in der Realschule, in der jetzt weiterführenden Schule auch immer noch eigentlich miteinander Größten bin. Und ich denke mal, das hat mir so viel Respekt verschafft, in Anführungszeichen, dass sich das auch irgendwie keiner getraut hat, ja. Selbst als ich in der fünften Klasse war und da irgendwie zehn Klässler auf der Realschule oder sowas waren, da war das auch irgendwie nicht so, weil ich war auch eigentlich ziemlich groß schon für einen Fünftklässler, glaube ich, schon damals. Also, falls ihr es nicht wisst, ich bin 1,95 Meter jetzt gerade groß und, äh, ja, schon relativ groß, so sage ich mal, für einen 17-Jährigen, ja. Letztens haben mich sogar Verwandte gefragt, ob ich mal gemobbt wurde, beziehungsweise sind davon ausgegangen, dass ich mal gemobbt wurde und ich glaube, das ist ziemlich belastend, wenn deine eigenen Verwandten denken, dass du gemobbt wirst. Aber um die Frage an sich abzuschließen, nein, ich wurde nie gemobbt. Es ist allerdings zum Beispiel jetzt gerade auch auf YouTube so, dass ich oft darauf beschränkt werde, nur eine bestimmte Haarfarbe zu haben, ja, zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren oder so. Bestes Beispiel ist Damien, ja, der schreibt immer in die Kommentare, ja, irgendwas von wegen Ed Sheeran oder generell Red Hat oder was weiß ich nicht alles, ja, und, also, ich hab da jetzt nichts gegen, ja. Also, es ist nicht so, dass mich das trifft, sage ich mal, ja, und erst recht nicht bei Damien, weil ich liebe diesen Jungen. Also, wirklich, ich, ich, ich liebe ihn. Also, ich bin nicht schwul oder so, ja, aber ich liebe ihn. Aber um das Ganze jetzt nochmal wieder ins Real Life zu übertragen, ja, ich werde schon oft in der Schule irgendwie von wegen Red Hat oder Ginger oder was weiß ich genannt, ja, auch hier, halt auch in den YouTube-Kommentaren, ja, aber im echten Leben werde ich halt größtenteils in der Schule von wegen Red Hat oder Ginger oder was weiß ich. Und das, das trifft mich jetzt wirklich nicht, ja, also wirklich, ich sehe das jetzt nicht als Beleidigung an oder was weiß ich, aber es ist schon eine Art Reduzierung, sage ich mal, ja. Denn ich werde dadurch ja auch irgendwie in eine Art Minderheit eingeordnet. Ich glaube, es gibt nur zwei bis drei Prozent rothaarige Leute in ganz Deutschland und ich glaube, von der Weltbevölkerung dürfte die prozentuale Zahl auch ungefähr so sein, ja. Das ist ja in einer gewissen Art und Weise ja auch schon irgendwie eine heftige Reduzierung, ja. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, die Haarfarbe, die ihr habt, halt irgendwie blond, braun, schwarz, irgendwie sowas wird das ja sein, ja. Ist jetzt auf einmal die Minderheit und ihr seid nur zu zwei bis drei Prozent in Deutschland vertreten, sage ich jetzt einfach mal, ja. Ich meine, es gibt mehr Leute in Deutschland, die die AfD wählen würden, ja, als die Leute, die dieselbe Haarfarbe wie ihr habt. Und dann gibt es dafür auch irgendwelche Synonyme, also ihr werdet dann irgendwie Blackie genannt oder Blondie die ganze Zeit oder Brownie oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ja. Es wird halt irgendein Synonym dafür ausgesucht, wie ihr einzuordnen seid von der Haarfarbe oder so. Ich meine, es ist ja vom Prinzip auch überhaupt gar keine Beleidigung, ja, aber es ist einfach irgendwie unnötig. Ich meine, ihr seid ja ganz normale Individuen und ihr habt ja nur gemeinsam mit den Leuten, die auch rote Haare haben oder dieselbe Haarfarbe wie ihr habt, ja, dass ihr einfach ein paar ähnliche Chromosome habt. Ja, mehr ist das doch nicht, ja. Also ich sehe diese Reduzierung, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt als Beleidigung, ja, beziehungsweise, naja, also so ein bisschen schon, ja. Denn wann immer euch jemand irgendwie auf eine Gruppe reduzieren möchte, ja, sei das jetzt, ihr habt eine Zahnspange oder generell schiefe Zehen, einfach so, ja, ihr habt ja eine Zahnlücke, ja, Segelohren, was weiß ich, seid Brillenträger, seid klein, dick, zu dünn, was weiß ich, ja. Und wann immer ihr auf solche Sachen reduziert werdet, möchte euch der Gesprächspartner ja eigentlich in so einer Weise kein Kompliment machen. Also es ist quasi keine direkte Beleidigung, sondern eher eine Art Reduzierung, damit sich der Gegenüber profilieren kann, ja. Also wann immer ihr wirklich in so einer Situation seid, wenn euch jemand einfach auf etwas reduzieren möchte, ja, merkt euch wirklich eins, ja. Gott, Alter. Ja, ich komme mir jetzt schon vor, wie irgendjemand, der so Tipps gibt oder so. Aber schaut euch wirklich mal die Leute an, die sagen, äh, du bist der mit der Zahnlücke, äh, du bist der mit den Segelohren oder was weiß ich, ja. Oder du bist der mit den roten Haaren in diesem Fall, ja, also du bist Red Hat oder Ginger oder was weiß ich. Gerade diese Leute, die euch als sowas bezeichnen und sich dadurch profilieren möchten, ja, sind gerade die, die selber Probleme haben, ja. Das sind gerade die Leute, die sich profilieren möchten, die sich besser fühlen möchten, ja, die etwas kompensieren möchten einfach, ja. Also die wahrscheinlich selber oft reduziert werden aufgrund solcher Sachen. Und ich meine, wenn man sich die Leute wirklich mal genauer anguckt, dann, ich weiß nicht, da kann man solchen Leuten auch sowas gar nicht böse nehmen, ja. Und ich meine generell jetzt so im Internet, wenn ihr mich irgendwie Red Hat oder Ginger oder was weiß ich in den Kommentaren nennt oder wie, halt, Dings halt, äh, Ed Sheeran oder was weiß ich. Dann ist das wirklich in Ordnung, ja. Also mich trifft das kein bisschen, ja. Also ich sitze da nicht wirklich so und dann weine ich oder so. Also wie gesagt, ihr könnt das immer in die Kommentare schreiben von wegen Red Hat oder Ginger oder was weiß ich. Also es ist, es ist wirklich nichts Schlimmes. Aber ich wollte dieses Video jetzt einfach machen, weil ich das ziemlich interessant fand bei guten Repeat-Ticks. Ich hoffe mal, wie immer, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch wie immer eine Bewertung abgeben, würde mich wie immer sehr freuen. Und falls euch so Vlog-Sachen gefallen, könnt ihr auch eine Bewertung abgeben. Vielleicht mache ich da jetzt auch mal so eine Mischung draus aus, äh, ja, Live-Kommentary, so Cutcom-mäßig oder halt so Vlogs in Anführungszeichen. Ich versuche mir dann ja auch irgendwie so eine bisschen bessere Location oder sowas zu finden oder was weiß ich, wie ich das nennen soll, Alter. Und in den Kommentaren und mich eigentlich auch wirklich oft Leute gefragt haben. Auch auf Facebook haben mich Leute angeschrieben von wegen, ja, ich habe rote Haare und wurdest irgendwie mal gemobbt. Also derjenige wurde gemobbt, der mich da angeschrieben hatte und der hat gefragt, ob ich irgendwelche Tipps habe. Also ich bin kein erfahrenes Mobbing-Opfer oder irgendwie sowas, aber ich werde ja auch auf sowas reduziert. Deswegen kann ich diesen kleinen Tipp oder wie man das auch immer nennen möchte. Verdammte Scheiße, ich will mich nicht wie so ein Psychodoktor anhören, Alter. Grüße an Care an der Stelle. Aber ja, wie gesagt, ich fand das Thema einfach extrem interessant und ich hoffe mal ihr auch, wie immer, wenn ihr eine Bewertung abgeben würdet, würde mich das extrem motivieren. Ja, also wie gesagt, Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, ja, Likes und Kommentare sind das Einzige, warum ich überhaupt YouTube mache, ja. Und ich hoffe mal, wie immer, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich versuche jetzt wirklich das öfters zu uploaden, Alter. Verdammte Scheiße, ich kriege das auch irgendwann mal hin, dass ich zwei Videos die Woche mache. Wenn ihr darauf gehypt seid, dass ich mal zwei Videos die Woche mache, könnt ihr auch mal eine Bewertung abgeben. Schreibt mir in die Kommentare ab, ihr Red Hats genauso hast wie ich. Und ja, das war's von mir, das war's von hier. Tschüssi.